...aus Batman Kleinholz machen würde. Hältst du den Batarang etwa für ein Spielzeug? Oh, Batarang, das klingt wirklich unglaublich gefährlich. Superman hat nicht mal eine richtige Tarnung. Der setzt eine Brille auf und verhält sich wie ein Idiot. Kommt dir bestimmt bekannt vor, was, Legget? Ich mag nun mal Superhelden mit Verstand. Legget, der Typ kann Dinge mit den Augen schmelzen. Mit den Augen! Das reicht jetzt! Ihr labert so viel Mist, dass man damit einen Pool füllen könnte. Warum sollte jemand... Klappe! In Ordnung, Superboy, wir müssen los. Hör zu, Baker, du musst diese Stadt sichern. Morgen trifft hier die 101. ein und wir wollen doch, dass die Jungs es schön ruhig und gemütlich haben, wenn sie ankommen. Also, Baker, kümmer dich drum. Alle in Deckung! Baker, Kontakt! Bewegung! Gruppe! Dritte Gruppe! Wenn ich mir erst sammeln! Geht, klar! Wir holen dir die Türbeln an die Uhr! Miss Dahlsau! Geht, das Feuer nach der Brübe! Wir besiegen die Nacht! Busen! Gast sie fertig! Ja! Ja! Hört, hört, hört! Hört, hört! Achtung, fertig! Entschuldigung! Los, los, los! Geht über die Platte! Angriff, los! Schnell, darüber! Los! Schnell! Schaltet das entgegen! Aufwegs! Los! Los, Bewegung! Ich muss nachladen! 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 Schweres Sperrfeuer! Da drüben! Zug stürmt die Stellung! Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! In Bewegung! Wir müssen nachladen! Wir müssen nachladen! Los! In die Richtung! Da drüben, in Stellung gehen! Los! Der ist erledigt. Mehr von Ihnen sehe ich nicht. Feuer einstellen! Ich glaube, die mögen uns nicht so. Das würde meiner Mutter nicht gefallen. Sie sehe verdammt gut. War keinen Sinn für sie. Nach da drüben! Los geht's! Verstanden! Bin schon dabei! Kommt hierher! Im Laufschritt! Alle Mann hierher! Verstanden! So, Männer, macht weiter! Geht klar! Okay! Gut! Ja! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.